Bhagavad Gita, Vers 2.2 Die höchste Person, Bhagavan, sagte Mein lieber Arjuna, wie konnte diese Unreinheit über dich kommen? Sie ziemt sich in keiner Weise für einen Menschen, der die höheren Werte des Lebens kennt. Sie führt nicht zu höheren Planeten, sondern zu Schande. Erklärung Krishna und der höchste persönliche Gott sind identisch. Daher wird Sri Krishna überall in der Gita als Bhagavan bezeichnet. Bhagavan ist die endgültige Erkenntnis der absoluten Wahrheit. Die absolute Wahrheit wird in drei Aspekten verwirklicht. Als Brahman, das heißt, als die unpersönliche, alldurchdringende spirituelle Natur. Als Paramatma, beziehungsweise der lokalisierte Aspekt des Höchsten im Herzen aller Liebewesen. Und als Bhagavan, der höchste persönliche Gott, Shri Krishna. Im Srimad Bhagavatam wird diese Erkenntnis der absoluten Wahrheit auf folgende Weise erklärt. Die absolute Wahrheit wird von den weisen Transzendentalisten in drei Aspekten wahrgenommen. Diese Aspekte sind miteinander identisch und als Brahman, Paramatma und Bhagavan manifestiert. Bhagavatam 1.2.11 Diese drei göttlichen Aspekte können am Beispiel der Sonne näher erklärt werden, die ebenfalls drei verschiedene Aspekte hat. Den Sonnenschein, die Sonnenoberfläche und den Sonnenplaneten. Wer nur den Sonnenschein studiert, befindet sich auf der ersten Stufe der Verwirklichung. Wer etwas von der Oberfläche der Sonne versteht, ist weiter fortgeschritten. Und wer in den Sonnenplaneten eingehen kann, befindet sich auf der höchsten Stufe. Gewöhnliche Schüler, die damit zufrieden sind, nur den Sonnenschein zu verstehen, seine universelle Ausbreitung und die gleißende Ausstrahlung seines unpersönlichen Wesens, können mit denen verglichen werden, die nur den Brahmanaspekt der absoluten Wahrheit erkennen. Der Schüler, der ein wenig fortgeschritten ist, kann die Sonnenscheibe wahrnehmen, was mit dem Wissen über den Paramatma-Aspekt der absoluten Wahrheit verglichen wird. Und die Schüler, die in das Herz der Sonne eingehen können, werden mit denen verglichen, die die persönlichen Aspekte der höchsten absoluten Wahrheit erkennen. Daher sind die Bhaktas, beziehungsweise diejenigen, die den Bhagavan-Aspekt der absoluten Wahrheit verwirklicht haben, die höchsten Transzendentalisten. Obwohl alle Schüler, die sich dem Studium der absoluten Wahrheit widmen, mit dem gleichen Thema beschäftigt sind. Der Sonnenschein, die Sonnenscheibe und das Geschehen im Inneren des Sonnenplanetens können nicht voneinander getrennt werden. Aber dennoch befinden sich die Schüler, die diese drei Aspekte studieren, nicht auf der gleichen Ebene. Das Sanskrit-Wort Bhagavan wird von der bedeutenden Autorität Parashara Muni dem Vater Vyasadevas wie folgt erklärt. Die höchste Persönlichkeit, die alle Reichtümer, alle Macht, allen Ruhm, alle Schönheit, alles Wissen und alle Entsagung in sich birgt, wird Bhagavan genannt. Es gibt viele Personen, die sehr reich, sehr mächtig, sehr schön, sehr berühmt, sehr gelehrt und sehr entsagungsvoll sind. Aber niemand kann von sich behaupten, dass er alle Reichtümer, alle Macht und so weiter in vollem Umfang besitzt. Allein Krishna kann dies für sich in Anspruch nehmen, da er der höchste persönliche Gott ist. Kein Lebewesen, einschließlich Brahma, Shiva oder Narayana, kann alle Füllen so umfassend wie Krishna besitzen. Daher kommt Brahma in der Brahma-Samita zu dem Schluss, dass Sri Krishna der höchste persönliche Gott ist. Niemand kommt ihn gleich oder steht über ihm. Er ist der urerste Herr, Bhagavan. Er ist als Govinda bekannt und er ist die höchste Ursache aller Ursachen. Es gibt viele Persönlichkeiten, die die Eigenschaften Bhagavans besitzen, aber Krishna ist der Höchste, da niemand ihn übertreffen kann. Er ist die höchste Person und sein Körper ist ewig, voller Wissen und Glückseligkeit. Er ist der urerste Herr, Govinda und die Ursache aller Ursachen. Brahma-Samita 5.1 Im Srimad Bhagavatam findet man ein Verzeichnis der vielen Inkarnationen des höchsten persönlichen Gottes. Doch Krishna wird als der ursprüngliche persönliche Gott beschrieben, von dem sich viele Inkarnationen und Persönlichkeiten Gottes erweitern. Alle Inkarnationen Gottes, die hier aufgeführt werden, sind entweder vollständige Erweiterungen oder Teile der vollständigen Erweiterungen des höchsten Gottes. Doch Krishna ist der höchste persönliche Gott selbst. Bhagavatam 1.3.28 Daher ist Krishna der ursprüngliche höchste persönliche Gott, die absolute Wahrheit und die Quelle sowohl der Überseele wie auch des unpersönlichen Brahmen. In der Gegenwart des höchsten persönlichen Gottes war Arjunas Wehklagen um seine Verwandten gewiss unangebracht und deshalb verwendete Krishna das Wort Kutas woher um seine Verwunderung auszudrücken. Solche unmännlichen Gefühle erwartete man gewiss nicht von einer Person, die der zivilisierten Schicht der Männer den Aryas angehörte. Das Wort Aryan ist auf die Menschen anwendbar, die den Wert des Lebens kennen und deren Zivilisation auf spirituelle Erkenntnis gründet. Menschen, die von der materiellen Auffassung des Lebens geleitet werden, wissen nicht, dass die Erkenntnis der absoluten Wahrheit, die Erkenntnis Vishnus beziehungsweise Bhagavans das Ziel des Lebens ist. Sie lassen sich von der äußeren Erscheinung der materiellen Welt fesseln und wissen deshalb nicht, was Befreiung ist. Menschen, die nicht wissen, was Befreiung von der Fessel der Materie bedeutet, werden nicht Aryas genannt. Obwohl Arjuna, ein Kshatriya war, wiche von seiner vorgeschriebenen Pflichten ab, als er sich weigerte zu kämpfen. Nach den Schriften ist ein solch feiges Verhalten eher das Kennzeichen der Nicht-Aryas. Ein derartiges Abweichen von der Pflicht dient nicht dem Fortschritt im spirituellen Leben. Es verschafft einem nicht einmal die Möglichkeit, in dieser Welt zu Ruhm zu kommen. Shrikrishna war mit dem sogenannten Mitleid, das Arjuna für seine Verwandten empfand, nicht einverstanden. Schriften 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 Untertitelung des ZDF, 2020